Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Handticket und heute habe ich das Spiel in Marvel Strike Force. Ich werde es mal starten, Vollbild reinmachen, so wie immer schon heruntergeladen, alten Account gesucht und auch gefunden. Deswegen können wir gleich so loslegen. Ich probiere die Daddies heute fertig zu machen. Ich glaube, alle kann ich gar nicht fertig machen. Ich weiß nicht mehr genau, was für Dailies bei mir dann immer da sind. Wieso? Das sind für Kleine Sound. Achso, ich habe meine auch sowas. Ja. Gut. Öffnen. Nehmen. Öffnen. Nehmen. Ok. Das war's. Täglich Ziel. Eins schon fertig. Bäm. Werbung weg. Ähm. Herausforderungen. Oh, der ist neu, ja. Ich bin Iron Man. Die Quest gab es schon immer. Normal waren dann noch. Elektra und. Ähm. Wie hieß der noch? Ich hab den Namen vergessen. Crush Bolts. Ich hab den Namen vergessen. Crush Bolts. Ich hab den Namen först. Ich hab den Namen geboren. Ich hab den Namen nicht mehr gespielt. das Spiel das ist noch ein 21 das ist die letzte ja kann man die nicht alle löschen das nur auf und zu machen naja ja gehen wir erstmal weiter vorrat holen nehmen gut Kopfgeld ok 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 wo ist denn gratis das das wird gut gut kostet Geld kein Problem ich habe eine Million gleich ausrusten schön trainieren bis auf 28 Upgraden Cluster 2 Oh gleich wieder Upgraden ist das doch Nice Klasse 3 Oh und wieder Upgraden oder nein was das hier nur einer von war okay wenn der weg ist dann geht es bestimmt nicht weiter ist gesagt ich oder ja leider war es doch so tägliche Ziele so so Schurken Klassierung drei Spiele Schurken dann weiter überspringen wie meinte ich vorhin okay ich habe nur die vier hier aber es muss ja eigentlich machbar sein weiter 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 automatisch schau mal zu ist das nicht so ist das die 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 zum durch zum da bei dem ohne 3 Spiele waren das. 2 Spiele waren die. 4 Spiele waren die. Da kriegen die Bösen eins auf den Sack. Ah ne, die Guten. Ich will jetzt die Bösen. Lieber springen. Und bereit. Automatik gleich einschalten. Hier oben links warten. Smart in Trinne. Zack. Oh da. Da ist er screwed. Da ist er screwed. Zweiter auch. Oh. Rocket. Und das ist der Mario 360. Das sieht nicht ganz so gut für mich jetzt gerade aus. Okay. Okay. Heig ist weg. Rocket ist weg. Oh das ist gut. Proof. Das ist so knapp. Perfekt. Wieder drei Sterne. Okay das waren die drei Siege. Jetzt gehen wir mal täglich rein. Schließen zehn Kampagnenzieger. Gehen wir jetzt bei Helden rein. Schaff ich denn die Helden? Schaff ich denn die Helden? realm. 123. Da kommt dann Spider-Man. Tor. und Luke. Luke. Keine Ahnung, wie der hieß. Vergessen. Ich glaub, der hieß Luke. Der ist Captain America. Ich lass ihn mal bekommen. Spurieren. Punishing. Okay. Fantoor, die Ohren, die Augen leuchten ja. Er müsste Panischer hinten sitzen oder stehen. Aber ich weiß, dass Spider-Man nichts aushält. Deswegen brauche ich lieber Spider-Man nach hinten. Genau. Oh, ein Shit-Agent. Vier Phasen. Noch zwei Phasen. Das müsste alles sterben. Ja, schaff ich. Nein. Verloren. Achso, ich muss vier Phasen überleben. Ja, dann. Ja, dann. War schon nichts. Das war jetzt gerade die dritte Runde. Das ist soweit ich weiß, ne? 1,2,3, genau. Geh mal wieder auf tägliche. Jetzt muss ich noch Autosiege machen, drei Stück. Das heißt, ich muss... Kampf. Über springen. Ich habe nur die Beine. Die vier. Kommt noch jemand? Na gut. Mit dem vier. Aber reicht ja auch. Ant-Man. Ghost. Shalo Jacket. Ghost. Ant-Man und Shalo Jacket. Das war vielleicht. Das war schon. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 und dann gehen wir gleich mal auf den Helden rauch das sind die Helden und vom Schlicht ist nirgendwo Worte haben da Schuster Jones die hat dann noch Upgrade hier auf machen die suche nach dieses ding hier und machen hier die automatik ein frei können auch von krept amerika autosieg drei stück da zwei bekommen super es geht wieder auf die liste und upgrade Es geht auch noch, ah nein, wir wollen. Ich sollte lieber beim obersten empfangen. Loof, doch war doch Loof, Loof , Loof, 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 Loof. Bezügliche Zockt. t vielleicht geht es nun doch Das ist cool, ja. auch gut das war schon zwei ziel wieder erreicht nichts Ziel, Herausforderung schließt zwei Herausforderungen ab hier ist ein, ich erst eine die ist noch gesperrt heute ist Samstag dann fangen wir mit dieser an was gab es beim anderen benötigt zwei Interessen für Spieler dann probieren wir die hier noch einmal schauen und eins Heide nach hinten und äh, ist beide noch hier weiter und 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 Oh, mein Heiler ist gleich down. Oh oh, mein Tank ist auch gleich down. Denk drauf. Ganz knapp. Ganz knapp. Ärgerlich. Dann machen wir hier die anderen Automatiken. Zack und zack. Die Herausforderungen sind auch fertig. Abholen. Nächste Dailies. Denklich dreimal Versorgungskäufer. Also. Jetzt muss man einkaufen gehen. Lass mal den noch aufdecken. Oh, Alm empfiegt. Die kann mir nicht leisten. Den kann ich mir leisten. Ich bräuchte 15 Stück, ich kriege 5. Gut, dann gucken wir mal. Braucht das einer? Kein aktuell Charakter dafür. Das hier? Auch nicht. Das hier? Auch nicht. Das? Ja. Das wird benötigt. Eins. Das wird benötigt. Zwei. Das auch. Das war eigentlich schon meine drei Käufe. Aber. Wir können ja aber trotzdem durch. Gehen und alles kaufen, was vielleicht ein anderer braucht. Da sind wirklich viele. Ich hab mir noch ein Überlegen. Ob ich mir den hier kaufe oder nicht. Das ist ein Böser, ich hab nur 4. Ich brauch auf jeden Fall einen Bösen. Aber das ist ein Böser. weiß, wann ich die anderen 10 kriege. Zu unsicher. Die habe ich ja jetzt schon. Das Ding. Wieviel brauche ich denn noch? Zehn Stück noch, ok. Jetzt. Oh. Wer hier wäre eigentlich ziemlich nahe, wenn ich den kaufen würde, hm. Räuchte ich nur noch 4, aber wo kriege ich die 4 her? Wie viel habe ich hiervon? 6.000. 100 bräuchte ich dafür. 45, 45, 100. Es kribbelt in der Nase. Gut, das waren meine Einkäufe. Nehmen wir an, 2 Blitzkämpfen teil. So. Kampf. So. 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 Jawohl. Alle daumen. Ich muss 3 machen. Für die Belohnung. Oh, das ist doch cool. Spider-Man ist nicht mehr ein guter War. Achso. Ein starker. Jessica Jones hat ihn überholt. Geschlecht. Schepp. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und der letzte Sieg für die Belohnung. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. genau Plohnung abholen meine Plohnung abholen ich bin schon fertig für heute das waren alle täglichen Quäste also alle nicht aber ich brauchte nur so und so viel die müsste ich nie machen das sind jetzt auch die letzten vier bestreitet zwei Kämpfe in der Arena aber komm naja, was ist jetzt los war ich noch nie in der Arena Platzierung 5103 in der Gede Peru ja dann Verteidigung Panischau und Tor einmal ändern los wir kämpfen wir Kampfkraft 662 breit breit das war für Kürzen auch schon Arena gemacht muss ja auch schon gemacht haben ich bin 5103 weiter 4 4 6 4 4 3 4 9 den ja 3 4 4 4 4 4 5 warum habe ich hier zu Dienstleer Zeit damit ich kämpfen kann ach Mensch ich hätte warten müssen zwei Minuten gut ja schon einer Daumen bei mir schon einer Daumen bei mir schon einer Daumen bei mir hm was habe ich verloren 5 Minuten warten oder ich muss das bezahlen ich habe sowieso zwei Kämpfe gemacht ich brauchte nur zwei äh tägliche Raum nehmen wir zwei Raubzüge dran Teil Raubzüge zusammen wie geht das und das ist Raubzüge wenn die das hier 10.000 2000 dann nehmen wir den ja ok Raubzüge Mainz wird geladen 9100 ey 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 9100 das schaff ich doch nicht ich habe 8500 Heilung Bräunig einfach kämpfen schau was passiert ja ok er kämpften zwei Wellen an vielleicht schaff ich es ja doch wir brauchen ok drei Wellen kämpften kräften kräften vier Wellen vier Wellen So. Geschafft. Dann haben wir hier noch Intimative Aufzüge. Gibt Kampagnen Energie für Ultimative Aufzüge aus. 92 habe ich. 600. Soviel habe ich gar nicht mehr. Ich habe nur noch 98. Kameraaufzugeschluss. Na gut. Die beiden schaffe ich sowieso nicht heute. Also wäre das lieber ein Quest für mich sowieso. Egal. 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 Dann haben wir jetzt so. Überlegen. Alles gemacht. Können wir mal kurz hier. Oh man, die Erfolge anschauen. Schön. Vorratskammer. Den kriege ich. Ist das ein böser. Böser, böser. Heiler. Wenn ja, er ist sehr willkommen. Da ist noch einer. Und. Und. Das war's. Meilenstein habe ich noch einen. Ein paar mehr. Shit. Und. Ist das da oben wieder was? Beim Shop. Und hier war'm Shop. Und hier war'm Shop. Und hier war'm Shop. Wo ist der? Shit. Noch was? Leuchtet schon wieder. Mal wo? Hm. Egal. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Einfach. Drüber wegschauen. Das geht 16 Tage. Das Event. Das nur noch 17 Stunden. Hier leuchtet es. Gut. Dann sind wir in der Liste wieder. Haben wir einen neuen gekriegt. Ah. Was haben wir denn für den neuen? Was war der hier? Forscher. Oder? Ich glaub das war der Forscher gewesen. Ahmet. Stufe 1. Upgraden. Training. Fertig. Guck mal erstmal aufs Boot. Genau. die Kursachen anziehen und dann gibt es 4.5 wieder los mit Training verteilen Meilenstein A który A A Ah, wann bin ich denn fertig hier? Noch einer. Oder ein, nee. Gut, 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 da ist was. Hier gibt's auch ein paar Helden. Und nochmal den Mainstein abholen und dann würde ich sagen, das war's für heute. Schauen wir mal, ob noch ein roter Punkt dazugekommen ist. Bei Vorräter, okay. Schauen wir mal schnell, Vorräter fällst, noch ein Held da drin. Und bitte den Held. Äh, fünf. Das sind, glaub ich, die ersten fünf von ihnen. Gut, heute war noch das Event und hier oben, keine Ahnung, warum der noch leuchtet. Bestimmt wegen denen hier. Noch drei Kämpfe von drei. Egal. Das war's für heute. Ich beende das Spiel. Und sag schonmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.